Ich schaue dir, du hast uns gebeten, warum liefst du dich in den Juden aus? Seht morgen meine Kindheit? Wahrhaftig, Herr, es wäre besser, ihnen unsere Hände zu geben. Genug davon. Ich werde nicht sie in eure Hände geben. Er ist ein heiliger Mann, er ist ein Mann, der Gott geschaut hat. Was kann ich sein, seit ich aufbieten, Elia, hab ich niemandem Gott gesehen. Über dem Wasser der Kraft und an sich geschaut, in unseren Tagen zeigt sich Gott nicht Gott verbirgt. Habe ich großes Übel über das Land gekommen, großes Übel. Die Wahrheit weiß niemand, ob wir hier sind, Gott gießt ihr ab, möglicherweise weißt du, die Schatten Gottes, was er sagt. Du hast mich zu feiner Zeit verloren, Zeit zu feiner Zeit, und an allem Wort du Gott. Himmel üben, so wie in Blumen. Du hast mich zu feiner Zeit, es ist ein heiliger Mann, aus Alexandria, und die bliebte sie ab. Und an allem Wort du hier sind, seine Wege sind sehr drücken. Wir können nur zu haufen, aus seinen wilden Worten, und von uns sei erstaunt. Uns ist ein heiliger Mann, aber was diesen Menschen angeht, der hat fast nie gesehen, seit dem Propheten Elia. Und an allem Wort dem Wasser, von uns sei erstaunt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020